Das ist der Kick-Off zur neuen Saison, wo wir den Leuten unsere Mannschaft präsentieren und die neue Lieblings-Bravo präsentieren. Mir gefällt die Scherz sehr gut. Die Gespräche kommen ja an. Gleich gut wie die letzten. Wichtig ist, wer es anhebt. Uns ist sicher wichtig, dass wir etwas für die Kinder machen können. Die können sich ein bisschen schminken, döckeln, Penalti schiessen. Und ich kann mit der Mannschaft shooten, das Turnier mit den Spielerinnen und Kindern vermischt. Ich bin schon ein bisschen nervös, denn ich kann ja nicht jeden Tag mit den Profis shooten. Ich habe zwei Goals geschossen, erst nur im Finale. Es ist einfach grossartig, mit den anderen Spielern zu spielen. Es ist cool. Es ist eine Freude für die Kinder. Wir haben das letzte Spiel verloren, aber es war super für die Kleine. Es macht doch Spass für uns. Sie können ganz nahe an den Spielern sein. Sie können ihre Unterschriften holen. Und wir versuchen natürlich so, den Kindern schon das gelb-schwarze Gen einzuimpfen, sodass sie dann möglichst lange unsere Matchungen wieder kommen kommen. Ich habe die Handschuhe bekommen von Marken Wolfli und die Autogramm-Karten von allen. Super gefreut auf den Tag. Es war wunderschön.